Ja, nochmal einen schönen guten Abend an dieser Stelle oder guten Morgen, je nachdem man das Video sieht oder guten Tag, wie auch immer. Ein kleines Infovideo, wo ich an erster Stelle mich bedanken möchte für die 300 Abonnenten, die ich jetzt habe. Ja, dass es so schnell geht, hätte ich jetzt doch nicht gedacht, nach nicht mal einem Jahr die ganzen alten Abonnenten von meinem alten Kanal wieder zu haben. Finde ich richtig nice. Und da möchte ich mich auf jeden Fall an euch alle bedanken, die das möglich gemacht haben. Ich weiß jetzt, anders wäre das schon echt mega, aber nein, auf jeden Fall vielen Dank dafür, für eure Unterstützung. Das ist sehr schön, das mitzunehmen. Das ist ein schönes Gefühl. Nein, wir wollen nicht übertreiben, aber ja, vielen Dank. Und das ist ein Zeichen für mich, eine kleine Vorankündigung zu machen. Naja, was heißt Vorankündigung? Aber es wird soweit sein, es wird den ersten richtigen Stream bei mir geben. Ich hatte ja vor einem Jahr oder so, glaube ich, mal einen gehabt, aber den kann man eigentlich nicht richtig streamen nennen. Aber es wird einen geben. Und zwar am Samstag. Um 19 Uhr wird es lustig werden, denke ich mal für euch. Ich habe mir geplant, von 19 bis 20 Uhr wird es, ähm, ja, Majora's Mars geben, damit wir da mal ein bisschen vorankommen. Wird es live aufgenommen werden, sozusagen. Das erste live aufgenommene Let's Play, sozusagen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir uns nicht in diesem tollen Wasser-Dungeon rumschlagen werden, wo ich gerade bin. Weil ich hoffe, dass ich bis dahin damit durch bin. Ich habe ja vorhin da noch aufgenommen. Ich denke mal, ich habe da einen großen Teil geschafft. Also ich denke mal, da wird nicht mehr so viel kommen. Ja, und was danach noch kommt, das wird sich zeigen. Ich hatte eigentlich schon so gedacht, dass man vielleicht Smash Bros. U macht. Das wird ja dann da auch kommen. Ist wahrscheinlich. Ähm, ja, oder Mario Kart 8. Aber ich denke mal, das wird sich dann zeigen. Ich auf jeden Fall. Ihr schaut rein. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens den Link. Könnt ihr auch, äh, teilen, wenn ihr wollt. Aber müsst ihr ja nicht. Ähm, wäre ja eine lustige Sache, wenn da ein paar dabei sind. Vielleicht wird auch der ein oder andere Gast dabei sein. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Nochmals vielen herzlichen Dank für die 300 Abonnenten. Und, ja, einen schönen Abend noch. Grüße und Untertitelung des ZDF, 2020